Gehrseng, heute will ich euch zeigen, wie ihr mit nur einem Klick ein Motiv freistellen könnt. Ihr geht auf Auswahl, Motiv und jetzt rechnet Photoshop schon und es wird eine Auswahl erstellt. Wenn ihr hier zum Beispiel noch am Haaransatz ein wenig verbessern wollt, geht ihr auf Auswahl, Auswählen und Maskieren. Hier könnt ihr noch die Ansicht auswählen, ich habe immer auf Überlagerung, ihr könnt aber auch schwarz oder weiß einstellen, probiert das einfach mal aus. Dann geht ihr hier auf den Haarpinsel und geht leicht über die Kante drüber und nachher passt das perfekt. Ihr drückt auf OK. Jetzt geht ihr hier unten auf das Massensymbol und die Freistellung ist fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen. Macht es gut, pfiat denk!